Gastspiel des Zirkus Karl Althoff Kölner im Pösneck im Lutschkenpark. Die bekannten deutschen Artistenfamilien Weisheit und Kölner führen in bereits 8. Generation eine alte Tradition fort. Seit März gehört der Zirkus zum immateriellen Kulturerbe in der Bundesrepublik. Gerade wird das Zirkuszelt mit 800 Sitzplätzen aufgebaut. Hier hilft jeder der Zirkusfamilie kräftig mit. Zwei Tage werden für den vollständigen Aufbau des Zirkuszeltes und der Manege benötigt. Wir gastieren mit unserem Zirkus von 8. bis 17. September. Achtung, Montag und Dienstag sind Ruhetage. Und unsere Besucher können sich freuen auf einen ganz tollen Zirkus mit Menschen und Tiere in der Manege. Mit Manegenduft, Popcorn-Duft und Sägespäne-Duft. Bei uns kann man ganz viel sehen und erleben. Wir haben ganz tolle Clowns, wo sie bestimmt zum Lachen bringen. Wir haben Tiere dabei, wie unsere Riesenesels, unsere Tromedare oder ganz besondere Artisten, wo schon in Monte Carlo Preise gewonnen haben. Jonglage, Hula-Hula-Hupp und natürlich unsere Rolla-Rolla. Und unsere Besucher können zu jeder Vorstellung auch mal hinter die Kulissen schauen. Wir haben eine 15-minütige Pause, wo man mal die Tiere besuchen kann, wie die hier im Zirkus leben. Wen jetzt auch die Neugier gepackt hat, der kann ab Freitag, den 8. September bis zum 17. September den Zirkus besuchen. Hier wird ein neues, modernes Programm geboten. Überzeugen Sie sich von diesem Event einfach selbst. Das ist ein neues, modernes Programm geboten. Das ist ein neues, modernes Programm geboten.